Sommersonne und kurz vor Ferienbeginn die wohl schönste Zeit für alle Schulkinder. Aber bevor es am Donnerstag in die Sommerpause geht, war es am Wochenende wieder Zeit für den traditionellen 11. Berli-Ballcup der SG Neukölln. In den dritten Klassen im Schwimmunterricht stellen wir Wasserballtrainer den Lehrern zur Seite, die dann Wasserball in dem Schwimmunterricht machen. Und die Schulen, die mitmachen, treffen sich dann vor den Sommerferien hier im Sportbad Britz und machen dieses Schülerturnier. Am Samstag waren da ja wieder zahlreiche Kiddies, Eltern, Wasserballtrainer und natürlich auch Grundschullehrer im Sportbad Britz. Ich habe die Gruppe jetzt ein Jahr lang begleitet zum Sportunterricht, also zum Schwimmen. Und es ist einfach total schön als Rundenabschluss mit denen das Wasserballturnier hier spielen zu können. Und dann komme ich ja auch am Samstagmorgen hierher. Acht Teams aus fünf Neuköllner Grundschulen gingen an den Start und früh merkte man, dass es hier nicht nur um den Spaß ging. Natürlich stand dieser im Vordergrund, aber es wurde gefightet, was das Zeug hält. Im Wasser, aber vor allem auch am Becken gewandt. Wasserball ist eben kein Sport für schwache Nerven. Das bekamen die Nachwuchskräfte sofort zu spüren. Und mittendrin Luca und Felix. Wir sind im Finale und da wollen wir halt gewinnen und den Pokal uns holen. Und für Felix ist es mehr als nur ein Schulturnier. Er träumt jetzt schon davon, in der Liga zu spielen. Die deutsche Wasserball-Liga ist natürlich noch ein gutes Stück entfernt, aber der erste Schritt wurde gemacht. Denn gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen von der Oskar-Heinroth-Grundschule holt er sich den Titel und den riesigen Wanderpokal. Motivierte Talente gibt es in Berlin also genug. Talent ist aber nicht alles. Es muss auch gefördert werden. Und genau dafür braucht es den Berli-Ball-Cup. Neben einem reinen Grundschulprojekt ein Sprungbrett zur Wasserball-Karriere. Wasserball auf Hauptstadt Sport TV